Musik Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gregors Gaming Gyros Versuch Nummer 2 nennen wir es mal, denn wenn ihr auf dem Kanal vor ein paar Stunden gewesen seid, dann habt ihr es mitbekommen, es gab schon ein Video zu Resident Evil Code Madman, wie es hier heißt, oder auch eine Demo zu Resident Evil 3,5, kann man das auch dementsprechend nennen, aber mein Computer hat ein bisschen Zorys gemacht bei der Aufnahme und das Spiel wesentlich hakeliger aufgezeichnet, als es eigentlich sein sollte, ich habe jetzt den Aufnahmeweg verändert, sodass es nicht wie eine Ruckelorgie aussieht, so hat sie es auch nicht gespielt wirklich auf meinem Rechner und ich glaube, da können wir beide ein bisschen mehr dran Spaß haben, als mit einem halb kaputten Video. Wie es online gegangen ist, nichtsdestotrotz, um es mal ein bisschen kurz auszuführen, Resident Evil Code Madman ist eine von Fans gebaute Demo, basierend auf Assets, die es in Resident Evil 4 hauptsächlich gab und ist sowas wie eine, ja, fleischgewordene, spielbare Variante von Resident Evil 3,5, 3.5. Unter 3.5 werden die Prototypen von Resident Evil 4 bezeichnet. Es gab ja mehrere verschiedene Varianten, unter anderem eine, die sogenannte Hangman, ja, Beta-Hangman-Demo, oder ne, Hookman war es, ne, Hookman, wo es darum ging, dass Leon S. Kennedy nicht in irgendwo Spanien unterwegs ist, sondern in einem Herrenhaus und von Geistern heimgesucht wird mit so verschiedenen Sanity-Geisteszustandseffekten und basierend auf den Videos, die es da zu sehen gab, die hatte Capcom vor einiger Zeit veröffentlicht haben, die Leute von, ja, Shigo Works, ne, sich der Assets angenommen, die aus den späteren Spielen waren und selbst eine Demo des eigenen Resident Evil 3.5 nachgebaut. Ihr könnt diese Demo for free runterladen, also solange Capcom da noch nicht reingegerätscht hat, jetzt wo Resident Evil 7 ja auch kurz davor ist rauszukommen. Der Link ist in der Beschreibung drin, aber ihr könnt natürlich auch hier zuschauen, wenn ich das dementsprechend mache. Das Gute, daran ist es dadurch, dass ich das Video jetzt hier ein zweites Mal aufnehme, beim ersten Mal bin ich sehr, sehr, sehr herumgestarkst und es ist vielleicht ein bisschen anstrengender zum Ansehen gewesen. Ich hoffe, dass ich es jetzt hier ein bisschen besser machen kann. Ja, wie erwähnt, das Ganze hier basiert auf der sogenannten Hangman-Demo oder Hookman. Ich versuche mal Hangman zu sagen, weil es ja Madman dann heißt, ne, Hookman und benutzt anscheinend wirklich viele Assets, die in Resident Evil 4 gewesen sind. Ich glaube, das muss das Charaktermodell von Leon sein. Und innerhalb dieser Demo, man kann es in den Optionen zwar auch anpassen und umstellen, aber es wechselt zwischen zwei verschiedenen Grafikstilen hin und her. Du hast einerseits diese, man hat übrigens immer die Panzersteuerung, also dass man so steuerungstechnisch nicht komplett dann durcheinander kommt, aber du hast diese fixen Ansichten und ab und zu mal wechselt das Spiel dann auf die 3D Resident Evil 4 klassische Sicht, wo man die Kamera auch frei drehen kann mit dem rechten Stick. Mit der A-Taste, ich benutze das Xbox-Pad, kann ich auch laufen. Wenn ich in solchen Szenen bin, kann ich mit dem rechten Stick meine Taschenlampe dazu benutzen, ja, hin und her zu leuchten. Das kann man in den Overshoulder-Bereich nicht. Wenn ich den L-Button gedrückt halte, dann zielt Leon mit der Pistole, hat auch das Laser-Side, also ähnlich wie bei Resident Evil 4, aber ich kann mich dabei auch bewegen nach links und rechts. Das konnte man bei Resident Evil 4 ja nicht. Ich habe leider jetzt keine Option gefunden. Ich muss mal gucken, ob ich vernünftig damit zurechtkomme. Das kriegen wir ein bisschen durcheinander. Es ist nämlich nicht invertiert. Das konnte ich hier nicht innerhalb der Einstellungen umstellen, aber ich glaube, wir müssten damit einigermaßen zurechtkommen. Ja, Spiel beginnt. Wir sind hier mit Leon in einem Herrenhaus. Er sagt auch, wenn wir hier dann entsprechend an den Türen sind, kein Grund, da wieder rauszugehen. Das Herrenhaus selbst, die Eingangshalle erinnert mich wie so eine reduzierte Fassung von dem, was wir aus Resident Evil 1 unter anderem kennen. Wenn wir uns hier zum Beispiel die Türen angucken, muss ich ruhig sie mal dann komplett anhalten, damit ich die Sachen angucken kann. Da hatte ich nämlich auch ein Problem damit. Also wenn ihr mit Sachen nicht interagieren könnt, mit der X-Taste auf dem Xbox-Pad, ihr müsst komplett mit dem Charakter angehalten sein und gucken, dass der Stick auch nicht irgendwie eine kleine Dead Zone hat. Das bedeutet, dass beim Loslassen sich der Charakter nicht automatisch bewegt. Und da sagte Leon hier, diese Tür wird von innen drin festgehalten. Alles klar. Wir gucken einmal hier, eine falsche Wand, da ist irgendwas dahinter. Ja, ich kann diese Wand leider nicht aufschießen. Ich habe übrigens auch die Möglichkeit, wenn ich dann den rechten Button gedrückt halte, dann ist die Taschenlampe zwar weg, aber dann kann ich mein Messer anwenden, je nachdem, wenn ich das dann machen will. Wirklich irgendein Inventory oder endliche Munition oder Sachen, die man so groß finden kann, die gibt es hier nicht wirklich. Leon lädt von alleine nach, wenn man genug von der Munition verballert hat. Und das fand ich auch sehr schön. Das scheint ein nicht gewechseltes, recyceltes Asset von einem ehemaligen Spiel zu sein. Ein bisschen Meta mit der Beschreibung. Wenn ich mich nicht irre, das müsste am Anfang auch gewesen sein, dieses Spiel ist komplett in Unity, gebaut in der Unity-Engine, also eine der Grafik-Engines, die man verwenden kann, um selber Spiele zu bauen. Die Unity ist ja, glaube ich, relativ adaptiv, dass man mit der auch auf vielen verschiedenen Plattformen arbeiten kann, aber die ist eigentlich durchaus performant hier und hat auch sehr viele verschiedene grafische Effekte, die man reintun kann, wie dann eben Licht-Schatten-Effekte, Ambient-Occlusion, also dass in den Texturen tiefen Details zeigbar sind. Und das sieht hier eigentlich alles relativ passabel aus. Also es ist natürlich eben kein High-Budget-Game und benutzt dann Assets entweder. Ich kann mir vorstellen, dass sowas vielleicht nicht aus dem Resident Evil ist, aber eine Textur, die man aus dem Internet hat, wo man auch dann entsprechend dann auch hier die Furchen und alles da sieht. Aber visuell ist es eigentlich ganz nice geworden. Die Steuerung ist ein bisschen hakelig, nicht nur wegen des... So, genau, diese ist von dem Schlüssel verschlossen, die Tür. Nicht nur wegen der Panzersteuerung, sondern allgemein eben geringe Deadzone und hakelt gerne mal ein bisschen hin und her, aber jetzt, wo ich schon einmal gespielt habe, komme ich zumindest einigermaßen damit zurecht. Ja, hier oben ist noch eine große Doppeltür, die aber, glaube ich, ebenfalls verschlossen war. Von innen drin verschlossen. Also bleibt nicht allzu viel mehr für uns über, was wir hier angucken können. Außer die Tür hier. Die genau mit der Aktionstaste geöffnet werden kann. Und ihr hört's. Ja, ich höre dich. Dumme Sau. Ja, das hat mich richtig ausgefliegt, da ich das erst mal gespielt habe. Und guck mal, da ist ein Zambor. Da ist ein Zambor. Ach, die nicht in der Titelsteuerung. Okay, das war nicht so cool. Aber wir haben ihn umgenietet. Den Zambor. Können wir hier mal unten schauen. Ein Vizentur des T-Virus. Keine Wände. Schreibe das in mein Diary. Ja, schreib das mal in dein Tagebuch. Aber das sagt er natürlich, das sieht man jetzt nicht hier so direkt. Wenn wir hier runter gucken, auch, ich weiß nicht, ob das ein Asset aus alten Resident Evils ist, aber ein Zambor hatten wir jetzt hier. Wir können uns hier ein bisschen umschauen. Im Raum. Es ist sehr staubig hier. Ich beginne an diesem Ort zu zweifeln. Ein Bücherregal. Die Spencers waren sehr gut belesen. Es anscheinend soll es so wirklich das Spencer-Menschen sein von Resident Evil 1. Das war ja die Familie, deren das Haus gehört hat, sozusagen. Dieser Tisch scheint vor langer Zeit beschädigt worden zu sein. Und hier ist ein zerbrochener Spiegel. Broken Mirror. Das ist bestimmt die Möglichkeit für einen symbolischen Joke, den man hier finden könnte. Okay. Hier ist nichts mehr. Wir gehen wieder raus. Und guck mal da unten. Da ist jetzt... Da kann ich sogar ein bisschen hinleuchten, ne? Da ist ein Stück Papier. Was hier rumrödelt. Können wir mal schauen. Was das denn für ein Papier ist. Da ist es. Na? Komm wieder nach oben. Du selbst. Das ist eine Seite von meinem Tagebuch. Und guck mal, wenn ihr hier guckt, das ist also eine Seite von seinem Tagebuch. Ähm, die Lichtstimmung hat sich verändert, ne? Also nicht die, in Anführungsstrichen, schon ein bisschen wärmeren Töne, die realen Töne, sondern wir sind anscheinend jetzt irgendwie in einem anderen, was ich nicht, Dimension, anderer Zustand, alles hat so einen Blaustich. Ne? Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann ist es wahrscheinlich auch etwas, was in der, äh, der Hookman-Demo, oder in der Hookman-Beta sozusagen, so weitergeführt wurde, die haben sich natürlich das Video ganz genau angeguckt und versucht, Sachen zu rekreieren, dass es eben fast schon Eternal Darkness-mäßig so Sanity-Effekte eben gab, ne? Dass wir jetzt, ähm, nicht wirklich unseren Sinn trauen können. Wir gehen wieder zurück. So, und hier auf, oh, nicht das Messer, nicht das Messer. So, dann habe ich nämlich auch Licht. Der Zombor liegt immer noch da. Okay. Aber, guck mal, der Spiegel ist jetzt da. Ich hätte gedacht, dass dieser Spiegel mehr beschädigt war und ich kann mein Spiegelbild drin sehen. Da sind auch die Spiegel-Scherben noch vorhanden. Aber, das Ding ist noch da. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Und, äh, da steht jetzt ein Spiegel direkt vor dem Ausgang, wo die Tür vorher gewesen ist. Was zum Teufel ist das? Hm, draufballern hat hier nicht wirklich was gebracht. Ah! Shit! Oh, verdammt! Ach ja, ich hätte schon vergessen, was hier passiert. jetzt. Aber wir haben gehört, wie der Effekt ist zerbrochen, aber ich habe fast schon erwartet, dass der, der Zombor jetzt hier wieder aufspringt. Aber ich muss sagen, die Stimmung, die war ganz tense, ähm, als ich zum ersten Mal gespielt habe. Wo ich bin nicht wirklich drauf. Oder Ahnung hatte, was es ist. Da bin ich auch sehr vorsichtig hier herumgeschlichen. Der Spiegel ist weg. Und da liegt nur was auf dem Boden. Oder? Oder was passiert da? Hallo, Leon? Mach mal was. Leon? Jetzt komm, verarsch mich nicht, Leon. Leon? Du sollst ja sagen, dass du da keine Scherben gefunden hast. Das hast du das nicht beim letzten Mal gemacht. Leon? Ach, Korben, das ist doch nicht dein Ernst. Das soll ich dein Ernst, Leon? Okay, so. Ich hab jetzt gerade zweimal neu gestartet. Und ich ignoriere jetzt diesen Prompt. Und ich geh jetzt hier einfach durch, verdammt nochmal. Beim allerersten Mal spielen hat er es das nicht gemacht. Hoffen wir mal, dass es jetzt nicht weiter so absturzanfällig ist. Und ich hab gesehen, die Lichtstimmung ist gerade wieder anders geworden. Der Sanity-Effekt ist anscheinend vorbei. Und ich kann wieder nochmal runtergehen. Ja, man merkt das dann eben, wenn die Lichtstimmung dann anders wird. Die Farbtemperatur. Guck mal, und da unten, wir haben es von oben ein bisschen gesehen, die Tür, die vorher festgehalten wurde. Na, kannst du die, guck mal da runter. Also das hat die Türen zusammengehalten. Er hat einfach aufgegeben. Ein weiterer Zomboer. Der hier unten rumliegt, aber schon ein bisschen verbrannt. Und so weiter. Hat jetzt die Tür aufgemacht, dass wir uns hier umschauen können. Am weiterer Raum im Herrenhaus. Das ist ziemlich, ziemlich weitläufig gestaltet wurde, inklusive in dem Klavier. Ich kann mich leider nicht an die Moonlight-Sonate, an die Monschein-Sonate erinnern. Das habe ich auch schon beim ersten Durchspielen angemerkt. Weil Leon hat die doch gar nicht gespielt. Im ersten Resident Evil waren es doch so Rebecca und so weiter. Aber egal, ne, ein kleines Easter Egg hier mit dabei. Ich weiß eben nicht, wo diese Assets alle wirklich dann herstammen, ob das wirklich irgendwo von Resident Evil 4 ist. Aber an sich, die Unity Engine ist immerhin stark genug, um hier auch schöne Licht- und Schatteneffekte zu machen. So erwarte ich das auch ein bisschen von Resident Evil 7 natürlich. Alles aus der Ego-Perspektive schön ausmodelliert. Ein weitgedeckter Tisch und eine weitere Tür, wo wir hier durch können. Die sogar offen ist, durch die wir durch können, inklusive einer kleinen Ladezeit. Wo ich mal hoffe, dass es jetzt auch hier nicht abstürzt. Ne, ist es zum Glück nicht. Und der Raum ist auch ein bisschen heller erleuchtet. Sehe ich vor, wir bräuchten die Taschenlampe eigentlich gar nicht. Wir können uns hier ein klein wenig umschauen. Aber mit ziemlich wenig interagieren. Hier sind ein paar Bilder. Ein kleines Tischchen. Steht hier. Stühle. Ein bisschen was zu essen, aber wirklich interagieren kann man hier nicht. Aber wir sind wohl weiter innen drin reingekommen. Ich hatte mich hier beim ersten Mal auch sehr ausführlich umgeschaut, aber hier ist wirklich nichts. Und no need to go back. Ich kann nicht wirklich zurück. Also muss ich hier erstmal nach unten und gucken und schauen. Was hier wirklich Phase ist. Kleiner Vorraum hier, inklusive eines weiteren Spiegels im Hintergrund. den ich reinschauen kann. Dieser Spiegel scheint wenigstens normal zu sein. Und ein Fenster zum Hof gibt es hier. Aber zum Glück ist hier ja auch eine Tür vorhanden, die wir aufmachen können. Müssen wir probieren stärker zu drücken. Vielleicht kickt er die Tür ja auch auf. Hier wird es jetzt ein bisschen dunkler, dass man auch auf seine Lampe angewiesen ist. Die haben schöne Kamerafahrten hier, ja. Wenn ihr es übrigens seht, wenn ich so ein bisschen stehen bleibe, so leicht dezent sollte sich die Kamera auch noch hoch und runter bewegen. Zumindest hat sie es in einigen der Gänge gemacht. Wenn ich das ausprobiert habe. Wir sind hier bei noch einer Tür und einem großen Bankettraum. Ich kriege so leichte Vibes, so einen leichten Ton. Ich weiß nicht, ob ihr die gespielt habt, also das Spiel namens D. D für Dracula auf dem Sega Saturn oder der Playstation 1 oder PC. Das hat ja auch so eine Art Herrenhaus, Bankett und alles. Diese Tür ist von innen verschlossen, dass wir hier nicht weiter können. Aber wir haben hier noch eine Tür auf der anderen Seite gesehen. Was ist das hier? Das kenne ich nicht aus Resident Evil. Drei Krähen, zwei Frauen, Knöpfe zum drunter drücken. So richtig Rätsel, haben sie hier nicht rein verbaut. Ne, mehrfach drücken, er kickt die Tür nicht auf. Ein kleiner Zwischenraum. Hier wieder, es hat auch ein bisschen was vom Silent Hill 2 Krankenhaus, würde ich fast schon sagen, ne? So alter Miller Hospital oder so. Das hat ja auch eine ziemlich, ja, so kleine Räume, düstere Grundstimmung hier, überall Gemälde. Ja, und das ist auch eine Sache, die Fußspuren von Leon, vor allem wenn der Stick nicht komplett zentriert ist und alleine läuft, ich hab immer so ein bisschen Panik, ist da was hinter mir, passiert da gerade was? Die Tür von innen, das war eine Tür von der anderen Seite, die wir nicht öffnen konnten. Die Tür ist auch verschlossen komplett. Hier hinten steht ein Radio. Ist das französisch? Französisch, oder? Das Radio ausgemacht. Ansonsten ist hier nicht viel, was man anstellen kann. Können wir uns mal auf der anderen Seite umschauen und hier überall Gemälde aufgestellt. Schön schräge Kameraperspektiven und das gefiel mir. Ein langer Gun, hell durchflutet mit offenen Fenstern. Rausspringen können wir nicht so richtig, aber ja, die Licht- und Schatteneffekte, das macht mir Spaß. Weil hier hinten ist eine Tür und da ist was direkt davor. eine Lampe sowie ein weiterer Absturz. Okay, nochmal. Okay, immerhin nicht abgestürzt. Eine kleine Puppe. Eine Lampe. Und die sind jetzt weg und die Lichtstimmung hat sich auch verändert. aber sind wir wohl wieder in den Sanity-Effekten drin. An dieser Stelle bin ich beim ersten Mal spielen ungefähr 25 Minuten herumgewalkt. Weil es ist ein bisschen schwierig, so die richtigen Trigger zu finden. Ich dachte, die Tür, die da hinten ist, kann man nochmal ein bisschen aufmachen, aber zum Glück sind wir ja jetzt ein bisschen erfahrener. Hat das auch einen kleinen Vorteil Hinsicht. Hier, das Radio läuft wieder und eine Lampe ist jetzt hier. Aber ich kann das Radio nicht abschalten. Ich kann da wirklich nicht viel anstellen. Mit der Lampe kann ich auch nicht so viel machen. und im großen Raum im Gang, ach ja, übrigens, falls ihr es auch gemerkt habt, das hätte ich gar nicht angesprochen, die Bilder, sie sind jetzt alle blank. Hat in der Richtung jetzt auch ein bisschen was, nicht nur von Silent Hill 2, sondern auch Layers of Fear, falls ihr das gespielt habt, mit dem verrückt gewordenen Maler. Aber ja, da hinten war nicht wirklich was zu machen. Aber nach dem Teil, der jetzt hier gekommen ist, echt da habe ich wirklich 20 plus Minuten gesucht und gegurkt, weil ich einfach mal permanent daran vorbeigelaufen bin. Zum Glück können wir das jetzt wirklich ein bisschen knackiger machen. Sehen wir wieder zurück in den Hauptraum, wo der Spiegel hier ist und das Fenster zum Hof. Wenn wir die Treppe rauf gehen, die Tür hier zurück. Die Tür öffnet sich nicht mehr. Wenn wir ganz leicht dezent hören, dann hören wir das Piano, das so ein bisschen spielt. Boah, jetzt sind wir drin in Dion. Was mir schlechter als rechts so ein bisschen die Monscheinsonate spielt. So. Und jetzt zeige ich euch, wonach ich 20 Minuten gesucht habe. Ich bin nämlich hier rumgelaufen. Mir ist die Lampe hier nicht aufgefallen, dass die jetzt hier steht. Und hier an der Lampe ist noch was, nämlich ein Puppenärmchen. Vielleicht so analog zum Finger. Der Arm, der der Puppe gefehlt hat. So. Und jetzt sind wir fast bei Neuland, was ich bisher nicht erreicht hatte. Weil wir haben die Puppe, wir haben den Puppenarm. Tür öffnet sich nicht. Ich habe etwas gemacht, das werde ich jetzt hier nicht replizieren, weil ich bin gestorben dabei. Ja, da gab es ein Game Over für mich und danach hatte ich keinen Bock mehr. da ist ein Zettel an dem Spiegel. Da sagt, der wahre Spiegel oder der wahre Spiegel wird reflektiert. Und da hatte ich hier rauf geschaut und ihr seht, warte mal, kann man es hier, da kann man es ein bisschen sehen. Ja, hier, da ist eine Puppe. Da, neben dem, so kann man es vielleicht, hier kann man es ganz gut sehen, ne? Da ist, da ist eine Puppe über dem, ähm, Papier. Und die habe ich im Spiegel angeschossen und ich habe mich selbst umgebracht. Also da, wo dieser Zettel ist, die habe ich angeschossen darüber und ich bin gestorben und es war Game Over. Das mache ich jetzt nicht. Für mich ist jetzt auch Neuland. I mirror pain and death. Ich spiele, ah, Tod und Schmerz. Also habe ich mich selbst erschossen. Kann ich die Tür aufmachen? I mirror pain and death. Okay, aber was anderes als The true mirror is reflected. So, es muss doch irgendwas anderes geben, was ich hier machen kann. Da liegen jetzt Bücher unten. I mirror pain and death. Weil ich habe auf den Spiegel geschossen und ich bin gestorben. Sag mal, der Tisch ist auch gar nicht mehr vorhanden, ne? Okay. Boah, ich will nicht noch einmal noch einmal schießen und mich umbringen. Aber auf das Ding habe ich geschossen und da war ich tot. Ich sehe fast keinen anderen Ausweg, oder? Vielleicht muss man sich hier umbringen. Und das ist dann der Ausgang der Demo. Ich schieße mal jetzt aufs Papier. Okay, here goes nothing. Äh. Ich habe mich schon wieder erschossen. Aber die Tür ist wenigstens aufgegangen. Immerhin etwas. Also gut. Es hat kein besseres Ende genommen als das letzte Mal, wo ich es probiert habe. Thank you for playing. Better luck next time. Also anscheinend gießt wohl noch eine Möglichkeit, das zu machen. Aber welche genau es ist, das weiß ich nicht. Das könnt ihr gerne ausprobieren. Denn wie schon gesagt, der Link, der Download-Link zur Demo, sofern er denn noch funktioniert, wenn Capcom da nicht eingegriffen hat, der befindet sich unten in der Beschreibung. Und, ähm, ja, jetzt, wo ich es das zweite Mal gespielt habe, komme ich ein bisschen besser zurecht damit. Die hakelige Steuerung das zu einzeln hin und her suchen, ist es eben eine selbstgemachte Fan-Demo. Na, da kann alles nicht so ganz glatt gewöbelt sein. Aber, finde ich ganz nett, die Idee aus einer ehemaligen Beta von Resident Evil, die viele Leute gerne gespielt hätten, die so aber nicht rausgekommen ist, ein eigenes Spiel zu machen. Ich weiß nicht, ob dann mehr aus diesem Ding hier entsteht, falls es sein sollte. Und ich kann mir eben sehr gut vorstellen, dass Capcom irgendwann kommt und da den Riegel davor schiebt. Aber ansonsten, schön, dass der Enthusiasmus da ist. Und wenn ihr eine Ahnung habt, wie man da weiterkommt, schreibt es gerne in die Comments rein. Weil zumindest, mich würde es interessieren, ob es dann auch ein bisschen weiter mehr Content in der Demo gibt. Ansonsten aber, war es das für Gregoros Gaming Heroes und ich hoffe, dass es diesmal mit dem Encoding vernünftig funktioniert hat. Ich sage, bis dann, bye bye und tschüss tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020